Passwörter sind bald ein Ding der Vergangenheit. Apple macht's vor. Passkeys, ein ganz neues Konzept, soll Passwörter nicht nur verbessern, sondern sie ersetzen. Google und sogar WhatsApp folgen mittlerweile. Hacker hassen diesen Trick. Über 80% aller Hackerangriffe greifen derzeit einfach nicht geschulte Menschen an und versuchen, ihr Passwort zu erlangen. Aber leider sind Passkeys alles andere als perfekt. Es gibt ein paar Aspekte, über die wir heute sprechen müssen und am Ende wollen wir beurteilen, wie wir das bei uns einbauen können oder ob wir das überhaupt sollten. Passkeys wurden vor etwas mehr als einem Jahr schon von Apple populär gemacht. Und auch Google hat am 3. Mai diesen Jahres Passkeys angekündigt bei sich. Mittlerweile kann man sich bei Google mit Passkeys einloggen. Die beiden größten Player also und damit die Hersteller von Android und iPhone. Führen also dieses komplett neue Login-Verfahren ein. Das wirbelt einiges auf. Und gefolgt ist dann erstmal Amazon. Die erstmal ganz still und heimlich. Und noch heute braucht man auch bei Amazon die Passwörter zum Login. Aber jetzt kam eben auch WhatsApp nach. Und so wie es aussieht, folgen immer mehr. Immer schneller vor allem auch. Kajak, Shopify, Instacart, Robinhood. Alle arbeiten gerade wohl daran, sagt Apple zumindest. Login soll also dann komplett ohne Passwort möglich sein. Warum macht man das? Warum wirft man Passwörter weg? Na, weil Google und Apple genervt sind. Von euch und mir und allen anderen, die ihre Accounts verlieren. Die müssen sich nämlich um gestohlene Accounts kümmern. Passkeys machen aber Phishing sehr viel schwerer und quasi unmöglich. Hallo Herr Gates, möchten Sie mir bitte Ihr Apple Passwort verraten, damit ich mich sehr gut um Ihr Handy kümmern kann? Fände ich voll nice. Das macht plötzlich sehr viel weniger Sinn, wenn es gar keine Passwörter mehr gibt. Das ist ja klar, oder? Aber in der Vergangenheit gab es doch schon ganz gut Verfahren. Ja, eigentlich auch alle benutzen, hoffe ich mal. Ich selbst habe ja Videos gemacht zu Zwei-Faktor-Authentifikationen und so weiter und so fort. Die bauen euch zum Beispiel alle 30 Sekunden einen neuen Code in einer App. Und für jeden Login müsst ihr dann euer Passwort, eure E-Mail-Adresse und diesen Code eingeben. Tatsächlich ist dieser Code aber eine so große Hürde, dass etwa 90% der Menschen sich so sehr darüber aufregen, dass sie es nicht nutzen wollen. Das jetzt mal aus der Erfahrung als Cyber-Security-Consultant bei mir. Lieber potenziell eben dann den Account verlieren. Passkeys hingegen sollen den Login nicht nur sicherer machen, sondern sogar noch leichter. Ich muss ja gar kein Passwort mehr eingeben und schon gar keinen zweiten Code aus irgendeiner anderen App. Sondern ich werde automatisch eingeloggt und ich muss nicht mal mehr darüber nachdenken. Sprich, auch Oma Gertrude wird das dann machen, weil sie sich dann weniger Schritte merken muss, um an ihre Rezepte zu kommen. Und ja, Oma, ich finde es toll, dass du dir die Rezepte online suchst. Also alles nur Vorteile, oder? Im Grunde geht das so. Von den symmetrischen Passwörtern steigt man auf asymmetrische Verschlüsselung um. Hm, ich liebe dieses Thema. Stellt euch das Ganze so vor. Ihr habt zwei Schlüssel. Einen privaten Schlüssel und einen öffentlichen Schlüssel. Einen, den sozusagen jeder auf der ganzen Welt haben darf und sogar soll. Und einen zweiten, mit dem ihr beweisen könnt, dass der andere euch wirklich gehört. Den einen Schlüssel hinterlege ich also bei WhatsApp, bei Google, bei Apple und so weiter. Und den zweiten Schlüssel benutze ich, um mich einzuloggen. Der zweite verlässt aber dabei niemals einen gewissen sicheren Bereich in meinem Gerät. Sprich, eben diese Hardware Security Chips, über die wir schon mal gesprochen haben. Man unterschreibt mit diesem zweiten privaten Schlüssel ausschließlich, dass man wirklich der Besitzer ist. Und dank den Matheköpfen dieser Welt ist das Ganze so sicher, dass man etwa 1000 beziehungsweise sogar noch mehr Jahre braucht, um so eine Unterschrift zu fälschen. Diese Beweise dafür findet ihr übrigens sogar in der Playlist zu Kryptografie auf der Academy, beziehungsweise hier auf meinem Kanal. Das alles ist also quasi unknackbar, solange man eben nicht den Zugriff auf den privaten Schlüssel hat. Und jetzt will man sich ja noch zusätzlich gegen Diebe schützen, indem man nur an diesen zweiten Schlüssel kommt, wenn man auch zum Beispiel einen Fingerabdruck oder das Gesicht hat, um den zu entsperren. Und, oh siehe da, jedes Handy hat so einen biometrischen Faktor. Sprich, um sich einzuloggen, braucht man auch am PC immer das Handy und einen Finger oder das Gesicht der Person, also zum Beispiel Face-ID oder einen Fingerprint-Scanner. Dann unterschreibt das Handy für mich, dass das in Ordnung ist und ich mich wirklich einloggen möchte und ich bin drin. Damit kann sich noch nicht mal mehr ein Smartphone-Dieb einloggen, der vollen Zugriff auf euer gesamtes Gerät hat. Was technisch gesehen sogar noch sicherer ist, als mein Hardware-Security-Key, auf den ich so schwöre. Also, man wird durch Passkeys nicht nur Phishing fast los, sondern wird sicherer, als wir das bisher waren. Und ja, man kann das für die Zukunft noch ein bisschen anpassen, sodass wir vielleicht sogar in der Lage wären, unsere Verträge digital zu unterschreiben. Aber so weit sind wir natürlich noch nicht. Das Ganze ist in den Startschuhen, muss man sagen. Die Vorteile gehen aber trotzdem nochmal auf Sicherheitsebene ein Stückchen weiter. Denn diesen geheimen Schlüssel kann man nicht mal mehr als Profi-Hacker herausbekommen, selbst wenn man das Smartphone klaut und aufbricht. Dabei würde man hier auch was aufbrechen können, aber dabei zerstört man einfach den Schlüssel und der Dieb kann sich immer noch nicht einloggen. Und selbst wenn ein Hacker bei Google einbricht, er hat ja keine Passwörter mehr, mit denen er irgendwas anfangen kann. Er hat ja nur noch diesen öffentlichen Schlüssel, den wir ohnehin jedem freiwillig geben. Das senkt also die Motivation für Hacker einfach drastisch, wenn nicht sogar auf Null, wenn sie plötzlich nichts mehr machen können. Äh, mal eine Sekunde, mein Rechner ist gerade abgestürzt. Was war das? Was ist das? Hallo? Vorbei also mit den gekauften Klicks und Google-Bewertungen mit gehackten Accounts. Ihr seht also, ich bin grundsätzlich ein riesiger Fan dieser Technologie. Genauso wie ich übrigens ein riesiger Fan von allem bin, das Cyber Security voranbringt. Demnach auch von allen von euch, denn ihr dürft diese ganzen Technologien ja durchsetzen oder sogar implementieren. Und dabei möchte euch auch Coursera unterstützen. Sie bieten seit einer Weile nun das sechsmonatige Zertifikatsprogramm namens Google Cyber Security Professional in ihrem Abo. Dort lernt ihr alles, was ihr für einen schnellen Einstieg braucht und ihr könnt das Ganze auch sieben Tage lang gratis testen. Link dazu ist in der Beschreibung. Und wenn ihr es geschafft habt, schreibt mir, dann tragen wir es bei uns in der Academy ein. Aber ja, jetzt kommen wir zu den Abers von Passkey. Passkeys basieren auf einem Standard, der sich Web Out N nennt. Und der ist schon einige Jahre vorhanden. Die Idee, Passwörter loszuwerden, ist grundsätzlich alles andere als neu. Also warum hat das eigentlich so lange gedauert? Naja, weil man eben einen sicheren Chip dafür braucht. Eine sichere Enklave. Und Menschen sind jetzt nicht gerade dafür bekannt, sich um ihre Sicherheit zu sorgen, geschweige denn 45 Euro für einen Security Key auszugeben. Naja, zumindest nicht, bis es dann zu spät ist. Wir brauchen also neue Hardware, etwa in Smartphones. Und mittlerweile ist das in den meisten neuen Smartphone-Modellen einfach direkt eingebaut. Sogar in PCs und Laptops ist es mittlerweile Standard. Aber hier gibt es einen gravierenden Unterschied. Ich empfehle euch, immer zwei dieser Schlüssel hier zu kaufen. Bei Passkeys, sprich in Smartphones, kann ich nicht verlangen, dass man sich zwei iPhones kaufen sollte. Man braucht aber eigentlich immer zwei Schlüssel für den Fall, dass man eben einen verliert. Und ja, das kommt vor. Auch mit einem iPhone oder einem Pixel 42 Pro Max Ultra Mega und jedem anderen Gerät auch. Also, wie komme ich rein, wenn ich plötzlich nur noch einen Finger habe und nicht mehr das Gerät, das den Schlüssel besitzt? Naja, laut Webout N, also dem Standard, gar nicht mehr. Deswegen braucht eigentlich jeder einen Backup-Schlüssel. Laut Passkeys hingegen, dem Standard von Apple, Google und so weiter, kann man allerdings seine Schlüssel zurücksetzen. Weiß ich, wie muss das? Schlüssel zurücksetzen ist ziemlich schwierig. Hacker lieben nämlich diesen Trick. Bei Passkeys werden die privaten, extra, extra sicheren Schlüssel, die extra auf einem sicheren Chip gebaut wurden, damit man sie nicht stehlen kann, plötzlich mit einem Dienstleister synchronisiert. Sprich, sie werden in den Google Passwort Manager oder den Apple Passwort Manager hochgeladen und damit wird der komplette Schutz, den der Hardware-Bereich auf dem Smartphone eigentlich bietet, ausgehebelt. Schlüssel werden extrahiert und woanders gespeichert, was eigentlich das ultimative No-Go ist. Noch schlimmer sogar, bei Apple wurde mit iOS 16 der Webout N-Standard, der schon unterstützt wurde, effektiv schlechter gemacht, denn man wird dazu gezwungen, die Schlüssel mit dem Apple ID Reset zurücksetzbar zu machen. Sprich, sie werden synchronisiert. Damit ist die Sicherheit von Passkeys am Ende nur noch so gut, wie der Zurücksetzen-Prozess bei Apple oder Google ist. Und naja, der ist definitiv alles andere als einsehbar. Niemand weiß, wie das geprüft wird und ob es angreifbar ist oder nicht. Dazu kommt, Apple will die Schlüssel verschiebbar machen. Das bedeutet, wenn ihr euch ein neues iPhone kauft, könnt ihr die Schlüssel vom alten Gerät auf das neue übertragen. Und klar, das ist viel benutzerfreundlicher, aber es bietet eben auch eine sehr, sehr große Angriffsfläche. Noch ein Prozess, der absolut zentral ist für eure Sicherheit, den ihr aber am Ende nicht überprüfen könnt. Und natürlich geht der gesamte Prozess am Ende nur mit Apple-Geräten oder mit Google-Geräten oder den anderen, die das Ganze unterstützen wollen. Aber ich bleibe trotzdem ein riesiger Fan von Passkeys. Denn Passkeys und Webout N sind miteinander kompatibel. Und damit unterstützt eine Website oder ein Dienst eben Passkeys, dann hat sie grundsätzlich Webout N eingebaut. Denn im Grunde ist das der Standard, der dahinter steckt. Und das heißt wiederum, Passkeys sind nur eine Art, Webout N zu machen. Auch wenn die Nutzer, die Passkeys eben benutzen, am Ende vielleicht ein bisschen, naja, unsicherer sind und abhängig von einer Firma sind. So, aber das Ganze wiederum heißt, die ganzen Firmen und Websites haben plötzlich ein Interesse daran, Webout N anzubieten. Denn es würde bedeuten, dass alle da draußen die Passkeys nutzen, einen riesigen Vorteil haben. Weil die Nutzung einfacher ist und weil die Accounts nicht mehr gestohlen werden können. Zumindest nicht so leicht. Und das wiederum stärkt die Verbreitung von Webout N extrem. Und ja, seither sind zig Bibliotheken entstanden, mit denen man Webout N wirklich, wirklich einfach bei sich einbauen kann. Ich wollte euch schon vor ungefähr zwei oder drei Jahren ein Tutorial erstellen bezüglich Webout N. Aber damals war einfach dieses ganze Konzept mit FIDO und so weiter absolut furchtbar. Und der hat kompliziert, dass ich das immer wieder verworfen habe. Mittlerweile kann ich sagen, es ist nicht nur einfacher geworden, sondern wahrscheinlich so einfach wie nie zuvor. Und das eben dank Apple. Während die U2F-Bibliothek für Python von Google zuletzt vor etwa zwei Jahren aktualisiert wurde, wurde PyWebout N, das etwa vor zwei Jahren gestartet wurde, vor etwa drei Wochen aktualisiert und hat fast 700 Sterne auf GitHub. Ich verlinke euch natürlich die Entwicklerressourcen unten in der Beschreibung. Und für die wirklich sensiblen Dienste kann man ja immer noch mehr oder weniger entscheiden, was man möchte. Habe ich das Geld für zum Beispiel zwei Security Keys, die ich mir rumschleppen möchte? Will ich mir die Zeit nehmen, diese zwei Security Keys auch zu pflegen, einzustecken, meinen Fingerabdruck vielleicht auf dem Schlüssel zu nutzen und dadurch nochmal dieses extra Level an Sicherheit mitzunehmen? Oder aber reicht es mir, dass unter ziemlich unwahrscheinlichen Umständen der Zurücksetzen- oder Übertragen-Prozess bei Google vielleicht nicht mehr ganz so sicher ist und darüber meine Schlüssel gestohlen werden? Es ist ja schon sehr unwahrscheinlich, das muss man dazu sagen. Es heißt hier zwar wieder am Ende Bequemlichkeit versus Sicherheit, aber eines muss man einfach sagen. Die Sicherheit und die Bequemlichkeit von Passkeys sind enorm viel höher als Passwort und 2FA. Und das heißt, das Ganze wird sich ziemlich sicher durchsetzen. Und das wiederum ist wirklich ein riesiger Bonus für die Sicherheit. An der Stelle, wir sind zwar noch mit der Veröffentlichung des Backends der Academy beschäftigt, aber es gibt schon jetzt ein Issue auf GitHub für die Integration von Webout N. Und wie ihr wisst, bekommt ihr für die Lösung von Tickets auf GitHub Morphcoin auf der Academy und zwar nicht gerade wenig. Bei dem hier sind es über 50.000 Morphcoin. Wir haben also noch ein paar andere offene Tickets, die direkt gelöst werden können, bevor wir das Backup veröffentlichen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr zum Beispiel mal einen Abend Zeit habt, euch so ein Ticket einfach einzuverleiben. Danke euch an der Stelle. Ihr findet selbstverständlich die Academy und alle Informationen für das Ticket in der Beschreibung. Und ja, danke an euch für das Implementieren von solchen wichtigen Sicherheitsmaßnahmen für unsere Sicherheit einfach.